Musik 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 Reise 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 Sollte Das ist ein Fohlen von Industria 1, weil Gentleman, das von Mächtel Beckhoff Flüchter aus Lippstadt gezogen wurde. Dieses Fohlen in der ganzen Aufmachung, sehr harmonisch, mit schöner Linie im Körper ausgestattet, mit ganz vielen Möglichkeiten im Trabbewegungsablauf, dieser deutliche Hebel im Hinterbein, dazu passen die Schulterfreiheit, die Mechanik auf dem Vorderbein, also ein sehr schön harmonisches, aber auch kraftvolles Bewegungsbild im Trabablauf. Dazu dann ein Fohlen, dass sich hier auf dem Schüttling auch mit gutem Interieur, gutem Schleifen noch an uns schreibt, sodass wir es nach vorne gestellt haben. Dann bedanken wir uns dafür und sehen beide Fohlen auf der Siegerrunde. Vielen Dank.